Im Gesamten haben wir fast 100 Leute, die hier im Einsatz sind. Wir haben 11 Böster unterwegs, also alle 4,5 bis 5 Kilometer haben wir am Posten. Mit einem Arzt, mit Samaritern, mit totalem Equipment für fast jede Situation. Wir haben einen Regenhelikopter, der nur für den Lauf da ist. Wir haben vier Ambulanzen, die nur für den Lauf da sind. Wir haben verschiedene Schiedose, etwa 10, die im Einsatz sind. Ich unterstütze die Samariter. Ich muss die Patienten beurteilen, Notfallmassnahmen unternehmen und dann entscheiden, wohin die Patienten gehen. Ob sie nach Hause gehen, ob sie weiterlaufen oder ob sie in die Arztpraxis gehen. Ich kann nicht sagen, dass alle signale satellite sauer ist. Ich kann nicht besser sagen lassen, dass alle gehen. Ich kann nicht sagen, dass alle zwei Menschen auf die�리inen und die Schiedose auf Leute in der Nähe sein. Ich kann nicht sagen, dass alle Menschen auf jeden Fall sind Und dann siehst du schon mal. Die Schiedose müssen in der Nähe der Nähe des Farms.